ja hey Leute und willkommen zu einem kleinen Video ich mache ein Intro Contest ich finde das Intro das ist nicht mehr das alte wie es mir so gefällt ich möchte gerne ein neues haben und ja dazu kommt der Intro Contest entweder gibt es ein gibt es eine 5 oder 10 Euro Passive Card je nachdem weiß ich noch nicht und ja gibt euch Mühe wenn ihr eins gemacht habt schreibt es in die Kommentare ich habe eins gemacht und ja dann schaue ich mir es an ladet auf meinem Channel hoch und lasst dann die Leute entscheiden auch und ja was ich nicht möchte einfarbig oder beziehungsweise dass ich es nicht bewegt also kein 2D Intro ein 3D Intro am besten mit vielen Farben wäre geil und Lichteffekten Hauptfarbe wäre dann grün und ja wer Minecraft Intro macht dann bitte mit meinem Skin und was mega geil ist mit Bogen oder so wäre mega nice und ja wenn ihr mitmachen wollt dann schreibt es in die Kommentare und Ich würde sagen, wir sehen uns für nichts wieder.